Der Wot Der Wot im Deutschen ist ein etwas abwertend gemeintes Wort. Der Wot heißt unterwürfig, übertrieben, demütig. Der Wot kommt vom lateinischen Wort devotus und das heißt gottergeben und fromm. Der Wot heißt also eigentlich andächtig, fromm und sehr ergeben und ist im 17. Jahrhundert durchaus positiv gemeint gewesen. Natürlich im Zuge der Aufklärung und im Zuge der Demokratie wird ein devotes Verhalten als nicht mehr schön angesehen. Devotion, Hingabe gebührt eigentlich nur Gott. Und in dem Maße, in dem man Gott in einem anderen Menschen sieht, kann man auch ihm gegenüber devot sein. In diesem Sinne, sei nicht übertrieben, ergeben und unterwürfig gegenüber anderen Menschen als Menschen. Aber zeige Hingabe gegenüber Gott und verehre Gott auch in jedem Menschen.